Hallo zusammen, heute geht es um die Grünen. Äh, die Linke meine ich natürlich. Aber die Linke hat nicht weniger im Punkto Klimaschutz vor. Das sieht man am besten an unserem Klimaschutzgesetz. Wenn da die Linken den roten Korrekturstift dransetzen dürften, dann würde das Ziel bis 2030 der Bundesregierung durchgestrichen werden und nochmal 15% draufgesetzt werden. Sprich, die Linke würde die Emissionen um 80% bis 2030 senken. Das 2040 Ziel kann man komplett vergessen, denn die Linke will schon bis 2035 Klimaneutralität erreichen. Das ist schon eine Hausnummer. Schauen wir uns deshalb an, wie genau die Linken das erreichen wollen. Man will bis spätestens 2030 aus der Kohle raus. Beim Gas gibt es noch kein genaues Datum, aber die Linke sagt auch hier, wir müssen da raus. Für den Atomausstieg gilt das sowieso. Und man hält auch nichts davon, Wasserstoff bzw. die Energie, um Wasserstoff zu produzieren, mit AKWs herzustellen. Zugleich ist aber ganz allgemein, also jetzt nicht auf Atomkraft bezogen, von 40 Milliarden für den Strukturwandel die Rede. Die Linke will außerdem Fracking verbieten. Chemikalien mit Hochdruck in tiefe Gesteinsschichten zu blasen, ist nämlich nicht gerade umweltfreundlich. Gut, jetzt wissen wir, was die Linken verbieten wollen. Was wollen sie aber Neues schaffen? Solaranlagen. Aber das nicht zu knapp. Hier will man 10 Gigawatt pro Jahr bauen. Und bei der Windkraft will man 7 Gigawatt auf dem Land und 2 Gigawatt auf See schaffen. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, im Jahr 2020 wurden 1,65 Gigawatt zugebaut. Und zwar an Land und auf See. Man will außerdem Solarpflicht auf Neubauten und eben dann auch auf Bestandsbauten, wenn diese eben frisch saniert wurden. Und jetzt zu einem Thema, das Dauerbrenner ist, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG. Das will man reformieren. Das EEG kostet den Bürger ja schon. Deshalb soll diese Umlage über den Bund finanziert werden. Und man möchte einen 100%igen Ökostromanteil. Wenn wir schon von Kosten bei den Bürgern sprechen, Strom, Wasser und Heizen kostet schon ordentlich Geld. Und die Linke will günstige Sockeltarife schaffen, die beim Durchschnittsverbrauch liegen. Und wenn man eben mehr verbraucht als der Durchschnitt, dann muss man eben auch tiefer ins Portemonnaie greifen. So will man Anreize zum Stromsparen schaffen. Die Energiekonzerne möchte man vergesellschaften und Strom- und Wärmenetze in die öffentliche Hand geben. Die Linke fordert auch eine Öko-Abwrackprämie für Haushaltsgeräte. Die haben ja teilweise nicht die beste Energieeffizienz, sind eher Dampfmaschine als Elektromotor. Deshalb eben auch Förderprämien, um die auszutauschen. Energie haben wir abgehakt. Kommen wir jetzt zu den Gebäuden. Und zumindest alte Gebäude sollen bis 2035 nahezu komplett energetisch saniert werden. Und wenn der CO2-Preis fällig wird, soll das bitteschön der Vermieter zahlen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann wäre natürlich ein Däumchen ein Träumchen. Und wenn du mehr solcher Videos willst, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, hau rein und ciao.